Wie bekommen wir Jugendliche dahin, alternative Messenger zu nutzen? Kann man gerade bestimmte Anwendungen empfehlen? Ich finde es sehr wichtig abzufragen, was die Jugendlichen denn sowieso schon nutzen oder wozu sie denn bereit wären. Bei vielen Jugendlichen ist ein Problembewusstsein bezüglich der Kommunikation mit Messengern da. Da kann man ansetzen, man kann das thematisieren, man kann gemeinsam mit ihnen überlegen, was sind vielleicht auch die Probleme praktischer Natur, rechtlicher Natur, bezüglich Sicherheit, Datenschutz und so weiter. Wenn ich die Möglichkeit habe, bevorzuge ich die Messenger Signal, Open Source und besonders sicher, und Threema. Threema hat den interessanten Vorteil, dass ich es total anonym nutzen kann, das heißt mit anderen Worten ohne Telefonnummer und ohne E-Mail-Adresse. Wenn ein Jugendlicher dieses beides beim Anmelden nicht angibt, dann ist er auch nicht der Altersbeschränkung unterworfen, das heißt er kann auch jünger sein und rechtlich einwandfrei den Messenger nutzen. Davor kostet Threema aber drei Euro und das ist eine Hürde, die in vielen Fällen leider ziemlich hoch ist. Ich denke aber, für ein solches Projekt könnte man beispielsweise vereinbaren, dass man eben Messenger wie Signal nutzt, die mit denselben Funktionen daherkommen und den Jugendlichen dann im Prinzip innerhalb des Projektes einen geschützteren Raum und Rahmen bieten, um miteinander zu kommunizieren und vielleicht kann ja auch beides nebeneinander stehen. Das heißt ja nicht, dass man sich unbedingt für das ein oder andere entscheiden muss. Ich denke aber, man sollte das zumindest gemeinsam ausprobieren.